Was ist das? Wir können doch im Arsch runterrutschen. Die Gummeln sind doch souverän. Die Gummeln. Die Gummeln. Das ist noch da. Ich glaube, das muss ich kriegen. Schwaben-Säcke. Das ist schon witzig. Du hast voll Stimmen. Du hast Stimmen? Ja. Du hast voll Stimmen da drin. Du hast voll Stimmen. Du hast voll Stimmen. Du hast Segen. Du hast voll Stimmen. Du hast voll Stimmen. Du hast voll Stimmen. Musik 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 Jetzt laufen wir mal da, ob es dann weiter geht. Dann treiben wir eben da oben und können wir da oben auf die Pause machen. Okay. Musik Musik Wir sind komplett richtig auf dem Weg. Komplett richtig? Musik 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 Ja Leute, das ist ein geiler Weg. Musik Hapk Musik Der Obecist gefällt mir. Musik 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 Ja, geil. Fast. Du musst es schon richtig machen, Alexandra. Du bist ein halbläbig. Irgendwie ist der Weg für mich gerade nicht so erkennbar. Hoch. Hä? Weil er halt vergessen ist. Guck mal. Wie die Autobahn eigentlich. Also wenn du da keinen Weg siehst, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Bier trinken sollten. Nein, aber mach mal schneller. Hey, guck mal. Mach mal der Tarza an, komm. Das will ich nicht. Schwing dich mal da runter. Ha. Da auch, guck. Hast du? Also da musst du echt trittsicher sein hier. Gell? Ja. Oh. Schön, dass ich wieder vorlaufe und eine Spinnenwebe abkriege. Du sollst da weiter oben laufen, was soll ich denn noch sagen? Noch mal, ich muss es dreimal sagen, bis ich es kapiere. Ich bin immer geschaut, ob er da rauskommt. Ich möchte, dass jetzt so ein Hafer nicht aufkommen. Ja, da vergisst du auch die Menschen, die da drauflaufen. Da ist schon Fluch. Wunderweg, Pflege machen. Oh, ich gehe. Ui, Ui. Ui, Ui. Geht es? Geht es? Ja, muss. Ja, das läuft da. Gehts? Gehts weiter? Ja, man muss da oben weiter. Gehts weiter? Ja, da oben rüber. Da könntest du oben drauf tappen, zum Beispiel. Da vorbei, dann könntest du hier heben, okay? Da könntest du hier heben da oben und da unten an dem Baum da. Top! Und jetzt wird der Weg wieder gut, he? Ich bin nicht sicher, ob der wirklich weiter geht. Doch, doch, der geht schon weiter. Ist mein Altkommut noch richtig? Äh, weiß nicht. Gar nicht. Jo, wir sind voll drauf. Jetzt könntest du da. Da wollen wir ihn heben. Ja, die ist fest. Da war ich auch. Wieder links auch. Ja, ich hebe den doch. Ich hebe den doch. Ja, ich hebe den doch. Ja. Wieder richtige Drecksau-Tour. Ja, voll. Geil. So, wenn keiner abstürzt, ist alles gut. Ja, dann möchtest du auch nicht abstürzen, oder? Nein, muss nicht sein. Nein, musst du ein bisschen aufpassen halt. Hier ist nichts. Dann müsst ihr da hintreten. Seht ihr das? Da? Ja, genau. Das hebt. Genau, das Patschi-Händele gäbe. Gut. Geh du mal rum für den Alex. Ja, geh du mal rum. Komm, ich transferier dich mal kurz da rüber. Ja. Geht. Herzüberzug. Hast du das? Ja. Hab ich wieder. Da kannst du heben. Okay? Ja. Nicht anders rum. Ich glaube, wir sind vielleicht auch ein Stückchen zu weit oben. Geh du aus dem Weg, oder was? Ich glaube, da geht er unten lang. Da kannst du dann hin. Hier. Mit dem Fuß. Da kannst du gut bremsen. Hier. Ja, oder so. Jetzt hast du den. Na gut. Das war dann, wo ich gesagt habe, verfehlt, aber... Ich hab gerne angenommen. Den fand ich besser. Ja. Das war, glaube ich, der Weg da rüber. Warte, ich geh mal unten gucken. Ja, ich glaube, das ist ein Weg. Was ist der Weg? Ja. Ja. Hier geht es weiter. Ja. Ja. Da geht es weiter. Ja. Da geht es weiter. Ja. Ja. Da geht es weiter. Ja. Ja. eigentlich ganz gut. Ja. Hier I am. Ich glaube da so runter ist besser. An dem Baum hin? Ja, ich lasse dich halt auf den Arsch runter. Ist doch egal. Wenn die geschreckt wird. Runde eins, weiter runter. Steht mir auch gut. Jetzt muss ich eigentlich bloß noch da. An dem Baum hin. An dem Baum hin. Dann hätte ich noch einen schönen Berg ab. Alles gut. Passt. Ja, mach los. Gut. Dann lass ich da mit runterziehen. Eben da auch. So. Jetzt müssen ich bei der Passage hier vorbeizukommen. Jetzt müssen wir da sich heben. Gut. Gut. Ja. Du kommst jetzt mal mit. Dann bringe ich dich da hoch. Okay? Ja. Ja. Dann sind wir schon wieder safe. So. Jetzt sind wir schon wieder safe. Dann sind wir da in dem Fett vorbei. Da stehen wir uns Bier verdient. Aber sowas von. Du hast zwei Wege. Als wenn du der erste vom Fasch landest du auf dem zweiten. Das ist nicht so schlimm. Wie weit habe ich noch bis unten? Ich sehe es nicht. Äh. Zehn Meter. Arschloch. Nur fünf, drei, zwei, eins. Null. Null. Hey. Ich bin stolz auf euch. Ja, genau. Halten. Das ist wohl eigentlich sehr schlecht. Oh. 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 Ich bin stolz auf euch. Oh. 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 Musik Da war es gut, da hinten rum, da muss ich wissen, dass hier es war. Willst du nicht? Kennst du mal was du willst? Mach die nicht! Kannst du dann in der Höhe nicht abstürzen? Kannst du dich verkallt, oder? Ach, der Arsch! Der fette Arsch kommt nicht durch! Wenn man mit dem Arsch hängen bleibt, dann müssen wir rumdrehen. Das ist eine hängestelle hier. Der Arsch hängt gerade an. Das wollte ich ver == Das ist ein schönes Wettbewerb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.